Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Wir spielen ein Indie-Spiel, ein Low-Budget-Rollenspiel namens Antarion. Das war mal eine Kickstarter-Aktion gewesen, die auch erfolgreich war, soweit ich richtig weiß. Und es ist, wie gesagt, ein Oldschool-Rollenspiel, aber man merkt es, dass es auch Low-Budget ist. Aber das hat ja nicht unbedingt zu heißen, dass es schlecht wäre. Ich habe von dem Spiel bisher noch überhaupt nichts gehört gehabt, bis vor einer Woche in etwa über YouTube ich eine Nachricht bekommen habe vom Entwickler mit dem Steam-Key-Foldisches Spiel. Und, naja, er hat gemeint gehabt, oder die haben gemeint gehabt, ob ich ein Let's Play mache oder vielleicht ein Review oder sonst irgendetwas oder ob ich machen könnte. Und da dachte ich mir, na, ich mache mal ein Angespielt und wir schauen uns das mal an. So, das ganze Spiel ist auf Englisch. Aber das sollte ja kein so großes Problem sein, denke ich. Dann gehe ich mal auf Start, dann schauen wir uns das mal an. Ich habe schon ein ganz kleines bisschen mal reingeschaut gehabt, aber noch nicht allzu sehr. Ein bisschen weiß ich was. So. Wir spielen vier Charaktere. Da können wir zum ersten Mal, äh, entweder selber uns das raussuchen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel weniger Punkte, ne, weniger geht gar nicht, mehr Punkte drauf geben. Äh, und so unser eigenes Dings machen. 20 Punkte kann man drauf geben. Oder wir können uns natürlich raussuchen, wie zum Beispiel hier Gregor. Deep. Sage. Weiß ich jetzt gar nicht. Äh, realize primarily on deep arcane knowledge to perform feats of potion mixing. Ah, ja, okay. Ähm, Kämpfer. Mhm. Grauer, weißer wizard. Blöde, schwarzer Zauberer. Ja, das sind so die Klassen, die man spielen kann. Nehmen wir mal, äh, Player 1. Das, äh, Mensch. Männlich. Und was für sich nehmen wir dann? Ja, nehmen wir das ja. So. Ja, genau dann, da sehen wir ja auch noch, äh, die Attribute und was er alles hier kann. Hitpoints, Spellpoints, Actionpoints, was das alles genau ist, zeige ich später. Der ist auf jeden Fall gut in, äh, Zweihand, äh, Nahkampf, äh, Zweihändige Nahkampfwaffen. Hat eine hohe, äh, Stärke und die anderen, ja, okay. So. So, Player 2, äh, will ich auch mal einen Mensch geben. Eine Frau. Mit dem Gesicht. Bleiben wir mal bei dem hier. Und da würde ich einen Diebsch nehmen. Hier sehen wir schon. Dieb haben alles, ähm, ja, das sieht man ja. Ah, okay, die Attribute ändern sich gar nicht. Ändern sie sich hier. Ah ja, okay, ich verstehe. Ähm, Frauen haben mehr Klugheit, äh, mehr Weisheit und Männer mehr Stärke drin. Sie ist gut in Schlösserknacken. Ne, Schlösserknacken und Pickpocketing. Ich glaube, Taschendiebstahl, wenn nicht, müsste das sein, oder? Ansonsten ist sie jetzt nicht so gut. Äh, wir nennen sie... So. Jetzt schauen wir mal, was gibt's denn noch alles zum Spiel. Untote. Wölfe. Wölfe sind cool. Felnur, das ist eine Art Katzenwesen, glaube ich. Orks. Elfen. Nekrophil. Eine magische Rasse. Und Untote. Wir nehmen hier mal einen Wolf. Nehmen wir das hier, so. Wölfe sind stark. Ach, halt mal. Ich sollte mir noch aussuchen, was ich spielen will. Ranger vielleicht, ein Fernkämpfer. Ja, nehmen wir noch einen Fernkämpfer, so. Stärker. Ist gut. Das ist, ja, das ist doch alles relativ gut. So, und jetzt spielen wir noch, ich hätte gesagt, mal einen Fellmour. Nehmen wir doch so ein Gesicht. Und dann nehmen wir doch mal einen... Was ist denn? Grau-Zauberer. Okay, Weiß-Zauberer. Heilen und schützen. Wisst ihr was? Ich glaube, dann nehme ich noch einen weißen Zauberer mit Heilung ein. Das hört sich jedenfalls nicht verkehrt an. Oh, da sollten wir noch einen Namen geben. Und hier noch... Hm, was nehmen wir da nicht? Mir fällt gerade nichts ein. Erran, so. Gut, und dann... Ah ja, noch eine Warnung. Dieb, ein Ranger und ein Weiß-Zauberer. Das passt doch ganz gut, denke ich. Nested, deep within a far-away corner of the cosmos, was a small, lush world that would come to be known by its inhabitants as Anthurion. After a long civil war, spanning thousands of years, Anthurion was united and sharing in an unprecedented era of peace and prosperity. So weit hört sich ja ganz gut an. But recently, clouds had begun to gather on Anthurion's horizon. A dark and unnearing energy took hold of the city necessary. While no one was sure just what it was, everyone seemed to have sense since its presence. Without any warning, the sleepy village of Shadowbrook was attacked and completely annihilated. This destruction of Shadowbrook led to a climate of fear and interest across the land. Deep below the village of Shadowbrook was a dungeon, where criminals condimented to death would await their untimely fate. During the attack, the prison's guards rushed to the surface and the Fenstrader broke, leaving behind four unguarded prisoners. And however later, when the guards still hadn't returned, one of the prisoners decided to use a rusted nail he hidden away to pick his cell's iron lock. So, man sieht schon, es ist wirklich old school, wie es aussieht, auch wenn man so rumläuft. sieht das Ganze doch sehr old school mäßig aus. Weil Animationen für Laufen oder so gibt es überhaupt nicht. Das finde ich schon mal etwas schlecht. Andererseits ist Grafik ja auch nicht alles, sondern es kommt ja auf den Inhalt drauf an. Und wenn der stimmt, ich meine, es ist ein Low-Budget-Spiel, von daher wollen wir mal einfach mal über die Grafik hinwegsehen. Wie gesagt, für das ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das hat ja wirklich nicht viel Geld, wollten sie dafür haben. Was gut ist, man kann diese ganzen Sachen zum Beispiel hin und her ziehen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Auch die Karte kann man einfach hin und her ziehen. Geht es eigentlich auch hiermit? Ne, mit denen geht es nicht. Okay. Aber mit Karte und so weiter geht es. Ich könnte sie auch einfach ausblenden oder einblenden. Und was auch gut ist, die Karte wird angezeigt. Also die wird gezeichnet, während mir läuft. Das finde ich eigentlich mal gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir sonst noch? Alchemie haben wir hier. Da könnten wir wahrscheinlich Sachen machen, aber wir brauchen Rezepte dafür. Und dann haben wir wahrscheinlich drei Zutaten, nehme ich mal an, soweit war ich noch nicht, und können dann einen Trank rausbrauen. Außerdem haben wir hier unser Inventory, wo wir sehen, was wir tragen, wie viel Gold wir tragen und wie viel Gewicht wir tragen. Das heißt, es gibt auch Gewichtsbegrenzungen. Mac, wenn wir mal zu viel tragen, geht es nicht weiter. Das werden wir wahrscheinlich auch noch sehen. Ah ja, okay. Dann haben wir jetzt die Stats. Das sehen wir auch hier. Ich glaube, mit Tab kann ich auch hin und her springen. Wie viel Ding haben, wie viel Experience wir haben und wie viel wir noch brauchen, welches Level wir haben, unsere Rasse und Klasse, Hitpoints, Spellpoints und Actionpoints. Und die, äh, Dings, unsere Adipote. Außerdem genauso unsere Skills, die wir hier haben. Skills, richtig, gibt es, glaube ich, nicht. Die einzigsten Skills, das heißt, dass wir einfach eine Waffe besser benutzen können. Oder uns besser, äh, verteidigen können. Oder sonst irgendwas. Oder hier, Lore. Aber, was anderes gibt es hier, glaube ich, nicht. Dann haben wir noch die Quest, Escape the Dungeon. Find a way to escape this place. Und hier haben wir noch die Finish, so. Menü. Gut, da können wir speichern, Optionen reingehen. Da gibt es aber auch nicht viel einzustellen. Ein bisschen die, äh, Lautstärke, die Qualität, Fullscreen und so weiter. Das machen wir mal an. Ja. Gut. Hier drüben könnte man schlafen. Das, äh, halt. Fangen wir mal hier an. Das sind, äh, empty Spellslots. Das heißt, hier kommen wahrscheinlich dann noch Zauber rein, die wir wahrscheinlich später irgendwann kriegen. Oder haben. Ah, dann muss ich gleich mal... Wie ist das mit ihm? Weil er ist doch eigentlich ein Weißmagier. Ja, das ist, wie gesagt, ich habe es noch nicht sehr weit gespielt gehabt. Ja, okay. Na ja, gut. Das werden wir noch sehen. Da kommen wahrscheinlich dann die Zauber hin. Und hier unsere Tränke, die wir haben. Hier können wir schlafen gehen, um unsere HP und Männer wieder herzustellen. Spells. Ach, hier sind die Spells. Ah ja. Hier haben wir was. Eine kleinere Heilung. Kostet 10 Spell Points. Kann ich die jetzt irgendwie... Ah, okay. Ich brauche erst einen Stab dafür, bevor ich überhaupt zaubern kann. Inventory haben wir. Und Travel Map, um rumzureisen, geht hier im Dungeon nicht. Da heißt es ja auch Kant in Dungeon. Soweit ich weiß, ist es nämlich auch ein Open-World-Spiel. So. Dann öffnen wir doch mal die Tür. Na, das ist verschlossen. Very easy. Können wir aber leider nicht öffnen. Weil wir haben keine Dietriche. Das hier geht aber. Da liegt jemand rum. Den nehmen wir doch mal. Was haben wir denn da? Magnaflower. Eine Zutat. Kommt mit. Und Pfeiler. Sie war, glaube ich, der... Richtig. Sie war der Dings. Der Ranger. Das heißt, sie... Werden das... Ach, du hast es gerade. Du bekommst die Pfeiler. Sehr schön. So. Haben wir sonst noch irgendetwas? Gehen wir mal weiter hier. Hier geht es um die Ecke. Da haben wir einen Hebel. Den beteken wir mal. Wird irgendwas bringen, denke ich. So, jetzt haben wir hier Kisten. Da können wir mal nachschauen. Ui, das sieht auch gut aus. Das kommt alles mit. So. Jetzt sehen wir schon hier. Er hat ein Symbol gekriegt. Er ist übergewichtig. Naja. Er trägt so viel. Und ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Das heißt, wir sollten das ganze Teil mal verteilen. Und wir sehen auch... Das Teil hier, das Symbol ist ausgegraut. Hier sehen wir es nochmal richtig. Das heißt, da an dieser Kiste waren wir schon dran. Das finde ich auch schön gemacht, dass man das so sieht. So, du bist zwei Handwaffe. Das heißt, das ist gut. Zwei Handwaffe ist immer gut. Und die Pfeile bekommt natürlich unser Ranger. Genauso wie ein Langbogen. So. Ein Stab bekommt unser Heiler. Unser Magier. Was haben wir sonst noch? Noch Schwerter haben wir sonst noch. Also... Mir fällt gerade der Name nicht ein. Kleinschwerter. Langschwert. Also auf jeden Fall kein Langschwert. Kurzschwert. Kurzschwert. Jetzt habe ich es. Das ist echt peinlich, dass ich sowas vergessen habe. Aber egal. Dann bekommt sie noch ein Kurzschwert. Und ich hätte gesagt, sie bekommt auch noch ein Kurzschwert, weil ich bin mir nicht sicher. Wie das genau funktioniert. So, die Waffen müssten wir auch irgendwie. Swap Weapons mit X. Ah ja. Da kann ich mal hin und her schalten. Weil ich glaube, ein Langbogen, beziehungsweise Bogen allgemein im Nahkampf, ist nicht so gut. So. Die anderen Sachen brauchen wir jetzt eigentlich nicht wirklich. Wir nehmen es aber trotzdem mit. Vielleicht können wir sie ja irgendwann mal verkaufen. So, dann schauen wir mal hier rein. Äpfel. Äpfel sind immer gut. Ach ja, genau. Man kann übrigens auch mit Maus laufen, so wie ich jetzt hier. Man kann aber auch einfach mit WASD hin und her laufen, was ich persönlich in dem Spiel angenehmer finde, zu machen. So, was haben wir da? Da haben wir nichts drin. Ja, und da sieht man, es ist ganz gut, dass das angezeigt wird, weil sonst wüsste ich jetzt, oder würde ich irgendwann mal vergessen, ob ich da reingeschaut habe oder nicht. Ah, und es... Wir kriegen noch Glider. So, eine Robe kriegt wahrscheinlich unser Magier. Genauso wie Sandalen. Und diese Felsen, die brauchen wir nicht mehr. Nicht wahr? Ne, die brauchen wir definitiv nicht. So, und weg damit. Und weg damit. So, was haben wir sonst noch? Schild. Schild bekommt auf jeden Fall unser Deep. Ähm, dann haben wir nochmal eine Robe und Glider. Glider. Dann bekommst du Glider. Glider. Du bekommst auch ein paar Glider. Was sehr schön ist, man sieht es hier, wenn ich jetzt hat... Ihr seht ja, wenn ich das sehr umrüste. Ähm, hier sehen wir, dass sie das anhat und hier im... Direkt im Dings sehen wir auch, dass sich das ändert. Und das finde ich schön, auch wenn sie keine richtige Geh-Animation oder sowas haben. Finde ich doch sehr schön, dass man das Angezogene auch direkt so sieht. Und es sieht auch ziemlich ähnlich aus wie das hier. Das finde ich sehr, sehr schön. So. Was haben wir sonst noch? Nochmal eine Robe? Naja, dann bekommst du die Robe. Das passt zwar nicht hundertprozentig, aber was soll's. So. Jetzt sind wir doch schon viel besser ausgerüstet. Sieht doch schon mal besser aus. Da kommen wir leider immer noch nicht rein. Da kann man, glaube ich, auch nicht rein, ne? So, dann können wir nur noch hier lang. Da müssen wir wohl wahrscheinlich einen Ausgang suchen. Ach, genau. Das war, glaube ich, die Tür, die wir mit dem Hebel aufgemacht haben. Das heißt, vorher wären wir hier gar nicht rumgekommen. Aber wir schauen uns trotzdem dann mal hier noch weiter um. Okay. Hier gibt's noch ein Fass mit einer Fackel. Ja, ich denke, Fackeln kann man immer ganz gut gebrauchen. So. Und damit würde ich diese Folge mal beenden. Wir machen aber noch eine weitere, weil so viel vom Spiel haben wir jetzt nicht gesehen. Nur gerade mal die Grundvoraussetzungen. Da fällt mir noch eine Sache ein. Wie sieht's denn jetzt mit dem Sauber aus? Right-Click, a spell to select for a quick slot. Ah, und dann kann ich ihn hinsehen. Wie sieht's dann aus? Ah ja, okay. Ich verstehe. Das wäre dann hier jetzt nur bei Mainz und Heiler angezeigt. Aber das passt. Gut. Dann machen wir wirklich Schluss. Dann mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.